Hallo und herzlich Willkommen zu H1Z1 Battle Royale mit ich, Nazdich, Nutoka aufs Brot und Raum Birke. Hallo. Moin, wo bin ich denn hier? So, da würde ich gerne landen. Genau dort, wo die Wohnwahlsiedlung ist. Wißt du, wo die Radiostation ist? Äh, ja, wenn du auf der Karte schaust, dann ist sie am Arsch der Welt. Ja, so ungefähr. Ich bin bei F5, das ist nicht so sehr am Arsch. Ja. Okay, hier möchte ich gerne runter. Come on, yep, pock. Oh, da ist alle direkt neben mir, dann Mist. Ja. Wo bist du, in so einer Wohnwahlsiedlung? Wohnwahlsiedlung mit Holzhäusern rundherum, F5, F6. Nei. Bist du gerade in den Wohnwagen reingelaufen? Äh, ich? Oder wen? Nee, ich platz dich. Ah, okay. Okay, ich geh jetzt erstmal ins Haus. Wow. Ist ja ein Hauptgewinn. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich hab keinen Schuss mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm. Zwei. Wow, hier knallen sie schon ordentlich rum. Ich hab immerhin, immerhin sieben Schuss in meiner Waffe. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich jetzt jemanden treffe. Oh, Jesus Maria. Ja. Hab ich, weißt du, wie heißt denn die Waffe überhaupt? Äh. Ach komm schon, rein da. AR-15 hab ich gewonnen. Oh ja, das ist, äh, die Shotgun. Oh, noch mehr Muni, sehr gut. Jetzt hab ich schon 21 Schuss und nen Rucksack. Ich will noch nen Fallschirm. Hier war vorhin noch jemand, ich hab den noch gesehen. Ich bin auf dem Berg am Arsch der Welt. Scheibenkleister. Wieso hab ich die, das dumpfe Gefühl, dass ich gleich tot bin? Das weiß ich nicht. Okay, jetzt mach ich. Hier wird geschossen, aber richtig. Volle Hacke, ey. Machete. Ganz ehrlich? Hier oben? Nein, jetzt, ah, ich bin tot. Ach, Mist. Nee, der Bamba, der Bamba. Ach doch, Adrena was killed by, ja. Hab ich gesehen. Ich hab ihn ein paar Mal getroffen, aber er hatte, er hatte, die Shotgun, ich hatte nur die M19 und musste nach. Ich hab auch nur die M19, die, die Shotgun bei mir hab ich leer geschossen. Ja. Glaub, wir sind schon wieder auf verschiedenen Servern. Also, ich hab die Shotgun. Bei mir fährt einer mit dem Auto. Okay. Na gut, dann war das jetzt eine kurze Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss. vegan bescheidungs прав.